Sehr geehrte Passagiere, herzlich willkommen im Bus Ecolines. In diesem Video wollen wir Sie mit dem im Bus verfügbaren Service bekannt machen. Wenden Sie sich bitte nach der Ankunft des Busses an Ihrer Haltestelle an die Stewardess zwecks Registrierung. Danach können Sie beim Busfahrer Ihr Gepäck abgeben. Im Preis Ihres Tickets ist Gepäck im Maße von maximal 0,2 Raummetern enthalten. Wenn Sie Gepäck mitführen, das diese Maß übersteigt, muss dafür nachgezahlt werden. Auch für andere Frachtstücke muss nachgezahlt werden. Darunter fallen zum Beispiel in Karton oder Folie verpackte Dinge. Fahrräder können wir leider nicht transportieren. Zusätzliches Gepäck bzw. Fracht können wir nur annehmen, wenn noch freier Platz im Gepäckbereich des Busses vorhanden ist. Die Quittung für die Gepäckgebühr erhalten Sie bei der Stewardess. Handgepäck können Sie auf der oberen Ablage oder unter dem Sitz verstauen. Stellen Sie es bitte nicht in den Gang, da es dort andere Passagiere behindert. Da wir uns um Ihre Sicherheit kümmern, bitten wir Sie, sich während der Fahrt anzuschnallen. Die Sitze lassen sich zu Ihrem Komfort verstellen. Heben Sie die Armlehne zunächst an und senken Sie sie danach, um sie zu fixieren. Die gleiche Prozedur bringt Sie zurück in die Anfangsposition. Wenn Sie die Lehne Ihres Sitzes zurückstellen wollen, drücken Sie diesen Knopf. Vergewissern Sie sich bitte, dass der Passagier hinter Ihnen nicht seinen Tisch aufgeklappt hat. In der Nacht können Sie den Sitz ausziehen und eine Decke erhalten. In diesen Netzen befinden sich unsere neuen Broschüren, die Speisekarte sowie der Müllbeutel. Bitte stecken Sie in diese Netze keine Flaschen, die über 0,5 Liter fassen. Sie können sie stattdessen auf die obere Ablage legen. Unter Ihrem Vornersitz befindet sich die Fußstütze. Sie lässt sich durch Heben und Senken fixieren. Lenken Sie nun bitte Ihre Aufmerksamkeit auf das Schaltbrett über Ihrem Kopf. Die Beleuchtung schaltet sich bei Dunkelheit ein. Der Knopf in der Mitte ruft die Stewardess herbei. Beachten Sie bitte, dass dies nur ein Licht und kein Tonsignal ist. Außerdem beachten Sie bitte, dass die Knöpfe in verschiedenen Bustypen unterschiedlich angeordnet sein können. So können Sie den Luftstrom der Klimaanlage regeln. Wenn Sie die Hilfe einer Stewardess benötigen, drücken Sie bitte den entsprechenden Knopf. Unsere reizenden Stewardessen werden Ihnen mit Freude helfen. Wir bieten in unseren Bussen gegen ein Entgelt Speisen und Getränke an. So können Sie schon während der Fahrt Ihren Hunger stillen und heißen Tee oder Kaffee trinken. Im Sinne Ihrer Sicherheit bitten wir Sie, während der Fahrt ohne triftigen Grund nicht im Bus umherzugehen oder die Füße auf den Sitz zu legen. Unsere Busse verfügen über chemische Toiletten, die während der gesamten Fahrt benutzt werden können, außer wenn der Bus an Haltestellen oder an der Zollkontrolle hält. Um einen Ausfall der Toilette zu vermeiden, bitten wir Sie, Toilettenpapier und andere Objekte in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. Mit diesem Knopf betätigen Sie die Spülung. Für Ihren Komfort gibt es in der Toilette Flüssigseife. Man kann sich die Hände waschen, indem man diesen Knopf drückt, und ein Mittel zur Desinfizierung der Hände, das nicht mit Wasser abgewaschen werden muss. Wir erinnern daran, dass Rauchen sowie das Trinken stark alkoholischer Getränke im Bus verboten ist. Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Buslinie entschieden haben. Unser Team wird alles unternehmen, damit Sie Ihre Reise bestmöglich genießen können. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017